Das ist eine Hansestadt hier und sie heißt Mühleburg Bei schlechten Männern Ja Heute ist der 24. Mai 2013 Dann noch Sektückel Hier im Stadt werden wir doch nicht komplett sehen, das wissen wir Dann fahren wir mal so ein Stadtring hier Wie immer Und dann wollen wir jetzt eigentlich in den Ostharz Vielleicht auch in den Westharz sehen Die Freunde wollen wir mal dahin und auch das ganze Wochenende da verbringen Und wir können aber ein bisschen Zeit nicht raus gucken So raus die Kirche Jetzt hätten wir uns auch gar fangen an Dann fahren wir jetzt Aber nix hier, wenn auch die Beine Das ist ein bisschen schlecht hier Und Und sehen, wenn eben die Gelegenheit war und fahren hier weg Vielleicht nehmen wir das ein oder andere gerne auf Dann fahren wir mit dem Bahnhof Stär英 Die Bahnverkehr geradeaus Noch mal ein bisschen die Öleregung Ja, natürlich wird erstmal in den Süden Ganz recht rechts in Salzhausen. Erstmal nach Salzhausen. Was darf das jetzt? Die sind nur so im Stau. Jetzt muss ich noch ein bisschen was. Das war hier gemacht. Zurückstart. Haben auch keine Bomben abgekriegt. So weit möchte ich nicht. Weil irgendwie die Königsverbindung ist. Die Linke hierher standen. Und... Salzhausen geht geradeaus. So ins Wies. Da ist der Reizgebind ins Gegend. Guten Morgen. Da hätte ich reinfahren können. Links. Das wäre es vielleicht auch gewesen, aber... Das mache ich ja nächstes Mal. Bei so einem schlechten Wetter bringt das sowieso nichts. Ja, heute... Diese ganze Woche schon hätte ich... Als Reporter besser in Schweden sein sollen. In London. Na, speziell in Schweden. Das ist ein bisschen einfacher hinzukommen. Und dann hätte ich über... Ja, wenn ich mich getraut hätte, dann hätte ich über die Migranten von London berichtet. Aber... Mir ist das dann auch ein bisschen zu gefährlich gewesen. Mein Kleiner auch sogar. Das hätte gut gekippt. Und angezündet. Gehe ich mal von aus. Jetzt 1.000 müssen wir auch wahrscheinlich links drauf. Wir sehen auch die ganze Menge hier. Kaffe Klatsch. Geradeaus kommen wir. Das Ding. Das ist ein Park. Links ist die Stadtmitte. Und wir sehen uns. Wir lassen die Stelle. Schlappeln. Die Augen... Die Töne morgens war es halbwegs sicher. Oh... Und wir wollen mal aus. Und rein ins Haus. Und wir füllen. Ich mach mal den 2. Scheibenwischer an. Das ist mir egal. Oh... Wenn ich hier raus bin, mach egal. Wir füllen jetzt schon. Okay... Weitere Pause, weiß nicht. Wir füllen jetzt an. Oder noch weg. Oder noch nicht. Das hat es. Das hat kein Heitenpark. Hellheit gefahren Zeit nicht rauskommen, wo es geht Ja, das Klima Wozelschiff und Wattball Hier melde ich die Ursache ein Rechts geht es dann weit zum Jobcenter Vielleicht ist das ja hier besser geregelt als in Schweden Da haben wir eigentlich keine Jobcenter suchen Deswegen protestieren sie da alle Und das ist ja hier besser geregelt Wir haben vielleicht noch ein bisschen keinen Job Ja, alles besser hier Und tschüss